Auf der anderen Seite sehe ich an Äquire nicht mehr als klassische Bank- oder Banknahesinstitutionen, wir sind Technologieunternehmen. Wir helfen Kunden, Zahlungen abzuwickeln, damit sie mehr Geschäft einfach als Geschäft machen. Und das ist alles technologiegetrieben. Ich glaube, da gab es in den letzten Jahren ein bisschen einen Flip von ein bisschen konservativen Bankenzugang hin zu einem Technologieunternehmen, wo du aber definitiv im Markt auch anders agierst. Herzlich willkommen beim B19 B-Mit-Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Michael Bratl. Ein sehr guter und sehr wirklich langjähriger Freund von mir. Bitte stelle ich doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ja, hi. Servus Roland. Danke fürs Einladen für den Podcast. Freut mich sehr. Ja, Michael Bratl, mein Name, hast du ja schon gesagt. Kurze Vorstellung. Ja, ich bin seit über 20 Jahren im Payment-Bereich tätig. Bin aktuell bei der Firma Hobex angestellt und darf dort die Firma leiten. Und ja, ich freue mich mit dir über das ein oder andere Thema hier aus dem Payment-Bereich zu sprechen. Bestellst du uns einmal kurz die Hobex vor? Ich glaube, das ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so bewusst, dass sie mit Hobex schon einmal in Kontakt getreten sind. Vielleicht gibt es uns da mal einen kurzen Überblick. Wer ist die Hobex? Vielleicht, wenn es auch die Möglichkeit gibt, ein bisschen so diese Firmengeschichte. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend in dem Fall. Ja, sehr gerne. Ja, die Hobex ist gegründet worden Anfang der 90er Jahre als Pin-Off von der HOGAS. Das ist die Hotellerie- und Gastronomievereinigung. Hat eine lange Geschichte hingelegt und hat vorrangig im Tourismusbereich ihr Betätigungsfeld gehabt. Und hat dort Hotels abgewickelt primär über Lastschrift verfahren und hat dann 2006, 2007 herum sich auch für die ganzen Scheme-Rizenzen beworben und ist seitdem eigentlich ein Full-Stake-Aquiver im österreichischen Markt, auch eine fixe Größe. Mittlerweile schätze ich, die genauen Zahlen kennt man nicht, Nummer 2 oder Nummer 3 im Markt. Und wenn man ein paar, weil du mich auch im Vorfeld gefragt hast, ein paar Kennzahlen, habe ich jetzt nicht zwingend mit, aber wir sind unserer Meinung nach Marktführer im Ferienhotellerie-Bereich, haben sicher über 50% Marktanteil. Im Bergbahnenbereich haben wir sicher die Marktführerschaft in Österreich und sind Spitzulist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, für körpernahe Dienstleistungen, also Physiotherapeuten, Masseure. Und da haben wir auch über 3000 Ärzte, die zählen wir zu unseren Kunden. Was vielleicht ganz spannend ist, was von der HOGAS, eigentlich keiner weiß, weil jeder glaubt, der ein bisschen kennt, das ist ein österreichisches Unternehmen, das stimmt. Aber bereits ein Viertel von unserem Volumen kommt aus Italien. Das heißt, wir sind in Österreich, Italien, Deutschland und Slowenien aktiv. Und bereits ein Viertel davon kommt aus dem italienischen Markt in unserem Gesamtvolumen. Jetzt, du hast es ja kurz vorher auch angeschnitten, du bist ja schon relativ lange im Payment-Markt tätig, also 20 Jahre, hast du vorher gesagt. Vielleicht kannst du mir kurz einmal schildern, wie deine ersten Erfahrungswerte waren, wie du in den Markt reingekommen bist. Ja, war ein bisschen ein harter Einstieg, glaube ich. Das ist mir mehr oder weniger passiert, in den Bereich zu gehen. Ich war zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn bei Mobilfunker in Österreich und habe dort die Chance gehabt, um die Jahrtausendwende auch schon Mobile-Payment-Projekte zu machen. Und wie die Mobilfunker damals gedacht haben, sie kennen sich eh aus und dann habe ich die Fronten irgendwann gewechselt, bin wirklich in den Payment-Bereich gewechselt und habe festgestellt, hier wäre ich gar keine Ahnung. Und ja, seitdem bin ich dort und habe mich nicht losgelassen, war zehn Jahre lang bei der Paylife, war jetzt sechs Jahre lang selbstständig und meine letzte Position, meine letzte Station war die Visa in Österreich. Und jetzt seit, im kurzen, seit ein paar Wochen, bin ich bei der Hovex tätig. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen nachfragen, weil du ja richtigerweise festgestellt hast, du bist damals von Telekommunikationsunternehmen gekommen, in den Payment-Markt. Was waren damals deine ersten Eindrücke, wie du da reingekommen bist? Wie gesagt, beim Mobilfunker hat man einfach den Zugang gehabt, man kennt sich aus, man will einen Teil vom Merchant-Service-Charge haben und man weiß eh alles besser als die klassischen Kartenunternehmen und dann gewechselt. Und es war dann schon überraschend, wie, um wie viel professioneller das eigentlich war und habe in den ersten Jahren echt viel gelernt. Und ja, der Eindruck war schon ein Stück weit ernüchternd, weil ich gedacht habe, ich kenne mir aus. Andererseits, damals schon, das war 2004, ein irrsinnig spannendes Umfeld. Auch dort schon, mit E-Commerce gerade begonnen, sehr technologiegetrieben. Und auch die ersten Feldversuche schon Richtung NFC, also kontaktloses Zahlen. Und das war halt damals alles, ja, braucht man das, braucht man das nicht. Also diese ewige Diskussion, braucht man Technologie, wer braucht es, braucht es der Kunde überhaupt. Und am Ende des Tages hat sich das dann alles durchgesetzt. Und es war einfach spannend zu sehen in den letzten 20 Jahren, wie viele Technologiesprünge wir gemacht haben, alle miteinander in der Branche. Und wo wir halt bestehen im Vergleich zu vor knapp 20 Jahren. Das ist schon beeindruckend. Jetzt können wir uns so lange, mich würde einfach extrem interessieren, du hast über die Jahre eigentlich nie aufgegeben. Und das war ja für mich immer so das Thema, wo ich sage, es gibt ja Persönlichkeiten, die einfach mit ihrer Aufgabe wachsen. Das ist das eine, aber das andere ist einfach, du hast ja nie dieses, manche würden sagen, die Begeisterung verloren. Ich würde eher sagen, du hast ja da echt, das ist gerade mit den Telekommunikationsunternehmen beschrieben, du bist hingekommen und damals zu BeLive, hast ja einfach reingearbeitet und hast immer versucht, also zumindest bei meinem Ahrnehmung, da wirklich etwas zu bewegen und auch dementsprechend umzusetzen. Aber woher nimmst du das? Ich meine, ist das für dich einfach, weil du ein technischer, finner Mensch bist oder weil du sagst, ja, es taugt mir einfach? Spannend. Technischer Film vielleicht, ja, bin ich, aber ich war Wirtschaftsausbildung, also von dem her, ich habe jetzt kein Hotel oder was auch immer gemacht. Ich glaube, es sind zwei, drei Dinge, die da zusammenkommen. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, von klein auf, weil mein Vater oder meine Eltern haben ein eigenes Unternehmen gehabt. Da kriegst du einfach viel mit und nimmst dir viel in deine DNA auf, wenn man es jetzt so will. Und der zweite Faktor war sicher die Zeit um die Jahrtausende bei MaxMobil, T-Mobile, dort war ich. Da war einfach eine Mentalität, da pushen um jeden Preis. Und da war einfach so, gibt es nicht Mentalität. Und da setzt man einfach um. Und ich glaube, das ist allen, die damals in der Branche waren, ein Stück weit geblieben. Und ja, für mich ist aber grundsätzlich stillstandes Rückschritt. Das ist eine Phrase, die man nicht mehr hören kann, aber das ist wirklich so. Und das versuche ich ja zu leben. Und Energie, wo ich sie herkriege, ja, ich sauge viel Energie aus dem Job heraus, gibt mir viel zurück. Und da war auch die Ruhephasen dazwischen. Irgendwann mal ein gutes Buch lesen, ein bisschen Sport machen. Das hilft dann schon, um auch den Ausgleich zu haben, weil sonst funktioniert das nicht. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, weil du gesagt hast, du bist jetzt ein paar Wochen für die Hobex tätig. Wo geht denn deine Reise hin, deiner Meinung nach? Oder wo geht die Reise gemeinsam mit der Hobex hin? Das ist eine gute Frage. Das kann ich wahrscheinlich in zwei, drei Jahren besser beantworten. Aber heißt schon mal, dass du mindestens zwei bis drei Jahre bei der Hobex bist? Ja, definitiv. Ich hoffe auch länger. Liegt nicht nur in meiner Hand, aber durchaus auch. Ja, wo geht die Reise hin? Die Hobex hat eine irrsinnig gute Basis gelegt in den letzten Jahren. Die haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Haben vor allem im SMB-Bereich einfach super. Ich bringe nur kurz SMB für die Zuhörer hinzu. Also Small-Medium-Business, KMU-Bereich. Das war immer der Fokus und auch das ganze Tourismusumfeld. Und da sind sie groß geworden. Und da hat die Firma und alle Mitarbeiter einfach einen hervorragenden Job gemacht. Und vorher, wie bei Visa noch war, haben wir uns natürlich alle Aquarer angeschaut im Markt und überlegt, okay, wohin geht, bei wem die Reise. Und da war einfach durchaus auch die Meinung, dass das höchste Potenzial durchaus der Hobex zugeschrieben wird, weil einfach die Basis gut ist. Und auch der Wille von den Kolleginnen und Kollegen in der Firma, es ist nicht groß, noch mehr zu bewegen, als bisher bewegt wurde. Und das, glaube ich, einfach, was man schaffen kann in den nächsten zehn Jahren mit der Hobex, ist wirklich einen großen Player zu bauen, einen relevanten Player zu bauen. In der, nehmen wir es jetzt mal Dachregion her, Plus Italien, Slowenien, weil einfach viel richtig gemacht worden ist und hoffentlich auch weiterhin viel richtig gemacht wird. Welche Anwendungen bietet Sie an am Markt eigentlich? Du, wir haben alles im Portfolio, was man sich von einem Aquarer wünscht, wenn halt irgendein Händler einen Wunsch äußern würde. Also wir haben klassische POS-Terminals, auch integrierte Kassensysteme. Wir haben volle E-Commerce-Lösungen, was die wenigsten wissen. Das heißt, wir sind dort genauso massiv unterwegs wie viele andere. Verschränken aber sehr stark auch die Anlehnungsbereiche zwischen POS und E-Commerce, um einfach den Kunden, den wir haben, über alle Kanäle, wo er Produkte oder Leistungen verkaufen will, auch verkaufen kann und sie über uns abwickeln kann. Was uns schon ein bisschen einzigartig gemacht ist, in den letzten Jahren, hat begonnen vor circa zehn Jahren mit den M-POS-Lösungen, also diese Dongles, die man mit dem Handy verbindet. Da hat die Hovec sogar, glaube ich, sechs Jahren begonnen, an einem All-in-One-Gerät zu arbeiten, Android-basiert. Und das sieht man heute viel im Gastronomie-Bereich. Das sind diese Order-Devices, wo der Kellner oder die Kellnerin halt Bestellung aufnimmt. Und du kannst darüber auch direkt die Zahlung auslösen auf der Rückseite, das ist der Kontaktlosleser. Da waren wir definitiv der Erste im Markt und hat uns einen riesen Vorsprung verschafft. Und das zeichnet, glaube ich, auch die Firma aus, dass solche Möglichkeiten gesehen werden, auf der einen Seite. Aber es hilft nichts, wenn man sie nur sieht und nicht den Schritt geht, sondern dieser Schritt auch gegangen wird. Und das macht die Firma einfach so besonders. Wobei ich dazu sagen muss, für mich gibt es ja da gleich zwei Dinge, die in meinem Kopf so richtig zum Rattern anfangen. Das eine ist einmal die Hotellerie-Schnittstellen. Du hast das vorher kurz angeschnitten. Ihr habt ja immer eine extreme Know-how-Kompetenz gehabt, was das Thema Schnittstellen zur Hotellerie-Software-Gastronomie, dementsprechend am Markt befindlich ist. Wie würdest du das jetzt einschätzen, trotz deiner kurzen Zeit, weil ich weiß, dass du trotzdem sehr viele Erfahrungswerte hast? Wenn man die ganze Wertschöpfungskette von einem Aquarer anschaut, war es früher so, vor 20 Jahren, dass der Aquarer einfach alles gemacht hat. Bis auch zur technischen Integration beim Handel. Und das waren vor 20 Jahren schon die Kassensystemhersteller oder auch die Buchungssysteme im Hotellerie-Bereich. Da hat die Hovec sich sicher sehr früh schon integriert, weil auch der Fokus dort war. Aber was wir einfach sehen und wo wir auch seit Jahren sehr aktiv sind, dass wir einfach sehr stark mit Partnern arbeiten. Weil das sind so eine Art, nennen wir es mal so, nennen wir es Gatekeeper, die halt die Technologie im Handel haben. Und wenn die nicht integrieren wollen oder mit ihnen zusammenarbeiten, wäre es schwierig. Natürlich kann der Handel Druck aufbauen. Aber da haben wir sehr frühzeitig, schon vor einigen Jahren, ganz massiv die Ressourcen hinverschoben, in Wahrheit. Und auch dort viel aufgebaut, was früher sehr tourismuslastig war, aber mittlerweile sehr breit gesteuert ist. Jetzt hast du das auch vorher mit dem Softbox angeschnitten und E-Commerce. Ich habe das ja auch geschafft, nicht nur beim Forward-Geschäft, also beim POS Point-of-Sale das zu machen, sondern ich habe das ja wirklich über alle Kanäle drüber gezogen. Was ja damals mit Sicherheit, du hast das ja auch selber auch gesagt, damals schon sehr fortschrittlich war. Wenn man nicht fast schon visionär sagen kann dazu. Wo würdest du denn die Zukunft sehen in dem Kontext? Das ist schwierig. Was man schon sieht im Handel, ist halt diese Kanalverschneidung, wo halt weniger das Bezahlsystem das Problem ist, weil das kennen alle, das kennen wir, sondern eher, wie bringt der Handel dieses ganze Warenwirtschaftssystem dorthin, dass es alle Kanäle gleich bedient. Das ist teilweise gelöst, teilweise nicht. Das heißt, da wird sicher noch einiges kommen. Und was man jetzt in den letzten Jahren verstärkt gesehen hat und auch immer wieder, und ich glaube auch verbreitet kommen wird, ist ein bisschen ein Trendthema, dass du E-Commerce-Anwendungen am POS siehst. Die schönste, die jeder kennt, ist Uber. Ich habe eine App, ich zahle über die App, sitze aber im Taxi drinnen. Und das ist eigentlich eine POS-Transaktion, wenn man es jetzt nach Mastercard-Visa-Regularium nimmt. Aber trotzdem wickelt man sich die E-Commerce-Transaktion ab und weil es einen gewissen Convenience-Faktor für den Kunden gibt und auch einen Automatisierungsgrad, den du mit einer klassischen Zahlung nicht hinkriegst. Und deswegen glaube ich, dass Zahlung per se über kurz oder lang ein Stück weit in den Hintergrund treten wird. Ich meine, das diskutieren wir auch schon seit 10, 15 Jahren. Da war die Technologie aber nicht da. Und mittlerweile ist aber die Technologie so weit, dass das auch wirklich stattfinden kann und dass die Dienstleistung oder das Service wieder stärker in den Vordergrund drückt beziehungsweise auch Technologien in Bereichen verwendet werden, wo sie bislang nicht verwendet worden sind. Und dass es da einfach eine Verschneidung geben wird. Das ist das, was ich einfach glaube, was uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen wird. Ich finde das Beispiel von Uber super, weil ich habe bei euch nämlich in die Case-Stadies gesehen, es gibt dieses Bergbahnenbeispiel. Du kannst im E-Commerce bei der Bergbahn die Akkarten kaufen und kannst dann eigentlich im Vor-Ort-Geschäft, wenn du vor Ort bist, kannst du dann die Bergbahn logischerweise mit der Karte und dann hinein und dann fahren. Also ist ja für mich damals schon so ein Mix gewesen. Ja, ein Stück weit. Das ist halt der Produktkauf im E-Commerce, ja. Die Anwendung vor Ort, dass du immer noch eine physische Karte, eine Keycard, was auch immer. Ja, da gibt es noch diesen Zwischenschritt. Spannend wird es dann, wenn du diese Keycard nicht mehr brauchst, sondern wenn du ein Device hast, wie jeder von uns, ein iPhone oder Android-Gerät und dann das verwenden kannst, um einfach bei der Bergbahn auf die Arbeit zu fahren. Und noch viel spannender wird es, wenn du gar nichts mehr kaufen musst vorher, sondern anhand einer Nutzung im Nachhinein verrechnet wird. Und dann sind wir aber in einem Bereich, der für den Kunden noch viel angenehmer wird. Weil, ich glaube, die Bergbahnen, das ist immer ein schwieriges Thema mit den Tarifen und auch, dass die Skitickets gekauft werden für eine ganze Woche. Aber technologisch wäre es möglich, dass man am Ende der Woche abrechnet und wenn ein Tag Regen ist oder zu starker Schnee oder Nebel, was auch immer, fast nicht, und ein Tag wird nicht berechnet. Das konterkuriert ein bisschen das Business natürlich, was schwierig ist. Vollkommen nachvollziehbar. Aber technologisch wäre das schon darstellbar. Und das ist spannend. Das kann man umlegen auf andere Bereiche genauso. Ich habe immer diese Kombination im Kopf, aber ich weiß nicht, ob es das gibt, aber vielleicht kannst du mir das beantworten. Bei der Hotellerie im Regelfall ist es so, du checkst im Hotel ein. Also zuerst kaufst du die Leaf-Karten im E-Commerce, dann kaufst du logischerweise, also nein, du kaufst nichts, sondern du reservierst im Hotel. Und eigentlich hätte ja der Kunde die Möglichkeit jetzt über die Hotellerie, aber auch über die Bergbahn, hast du ja sehr viele Daten vom Kunden. Ja, wo du ja dann, ihr seid ja in diesen Bereichen, Gastronomie, Hotellerie, wie auch Handel, natürlich sehr, sehr stark vertreten. Könnte man das ja grundsätzlich zusammenfassen, an Informationen? Natürlich. Könnte man, würde ja bedeuten, dass man halt alle Gastronomen, Hoteliers und Bergbahnen in einem Gebiet alleinig servisiert und dann auch alle natürlich einwilligen und kooperieren. Aber technologisch gibt es da recht wenig Einschränkungen. In der praktischen Umsetzung ist es natürlich schwieriger. Da hat sich wahrscheinlich ein Unternehmen wie Mastercard oder Visa da leichter, da was zu machen, weil die halt wirklich unabhängig vom Abwickler alle Daten haben. Aber in Form von Daten haben heißt in dem Fall auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen Zahlungsdaten. Das heißt, man sieht den Betrag, man sieht, wo gekauft wurde, mehr sieht man nicht. Und den Zeitstempel hat man. Also kommen ja keine personenbezogenen Daten über die ganzen Netzwerke drüber. Ich habe jetzt eigentlich vollkommen richtig, was du sagst. Ich habe mir eigentlich gedacht, weil wir über die Schnittstellen gesprochen haben. Und da war die Kombination für mich, weil momentan ist es ja die Schnittstelle zum Point of Sale oder zu einer Lösung. Vizierversa ging es aber auch. Und für die Hotellerie wäre das ja ein klassischer Mehrwert. Aber das war nur ein Beispiel, was in meinem Kopf heißt ja gar nicht, dass es in der Folge vom Konsumenten überhaupt akzeptiert werden würde. Kannst du uns ein bisschen so Partner und Kunden von euch nennen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ich glaube, das wäre auch ganz spannend für uns zu hören. Schwierig. Also wir haben auf der Partners-Seite eins jetzt sehr 500. Also da jetzt alle aufzählen, wird schwierig. Aber ich glaube, die wichtigsten kann man mal drei nennen, weil auch wir aus dem Unternehmen herausgegründet wurden, ist natürlich die HOGAST, beziehungsweise das Deutsche Pondor, die DEHOGA. Vielleicht kannst du kurz erklären, was DEHOGA ist. Ich glaube, dass viele Zuhörer das wissen, aber nur zur Sicherheit. Ausgeschrieben ist es Hotellerie- und Gastronomievereinigung. Im Endeffekt ein Dachverband für alle Hotels und Gastronomieunternehmen. Und das Gleiche ist die DEHOGA in Deutschland. Und natürlich ist es einer unserer Kooperationspartner oder Partner, mit denen wir arbeiten, ist die Reifheisen. Klar, ist auch unser Haupteigentümer. Muss man auch dazu sagen. Aber das sind immer die drei, die man sicher nennen kann. Nebst vielen Kassenherstellern, Technologie-Providern, Fintechs, was auch immer. Die wichtigsten Kunden, oder wichtigsten würde ich jetzt nicht sagen, aber Kunden, die man nennen kann, was glaube ich allgemein bekannt ist, ist, dass ein Unternehmen wie Bitbander ein Teil ihres Volumens über uns abwickelt. Tui ist einer unserer Kunden und seit kurzem auch Tons am Zug. Das ist der ÖBB-Zug-Caterer, der sich jetzt auch für uns entschieden hat und die ganzen Zugbegleiter-Terminals von uns kommen werden. Jetzt nochmal zusammenfassen, was wir jetzt gesprochen haben und da ganz spannend für mich ist, wie würdest du heute aufgrund deiner Erfahrungswerte den österreichischen Markt beurteilen? Vielleicht auch dann, wenn es die Möglichkeit gibt, da wurde nur so lange dabei wie Slowenien und Italien auch, aber Österreich wäre für mich immer grundsätzlich ganz spannend. Ich glaube, dass ein Punkt, der fast alle Märkte eint, jetzt unabhängig von lokalen Gegebenheiten, wo halt jeder Markt ein bisschen was hat. In Deutschland gibt es marktspezifische Gegebenheiten, in Italien genauso. Was aber alle eint, ist, dass der ganze Aquarium-Markt schwer umgekämpft ist. Es gibt in Wahrheit ein Überangebot und was man in den letzten Jahren als Axting hat, ist, dass es eine ganz, ganz starke Konsolidierung gibt. Das heißt, kleinere, mittelständische Aquarer werden aufgekauft, es werden große Unternehmen zusammengeschlossen, dann PayOne, Worldline, Six, auch damals die Pay-Office in diesem Konvolut drinnen, dann die SIA, Nexi-Netzgruppe mit der Concaris, das ist eine große Gruppe. Unser hat viel zusammengekauft, die KKR dahinter. Also man sieht, dass da einfach eine Konsolidierung stattfindet und auch kleinere Player vom Markt, die unabhängig waren, ein Stück weit verschwinden. Was natürlich auch Kooperationsansätze schwieriger macht, weil du weißt nicht, ob ein Kooperationspartner nicht morgen dann ein Mitbewerber kommt. Das ist ein Stück weit ein Spannungsfeld, wo wir uns alle miteinander befinden. Das ist aber marktgegeben und das zieht sich aber auch alle drüber. Und wenn wir jetzt hören, nur Österreich, ich habe das auch nicht glauben können, ich glaube, ich darf es sagen, wie viele Aquarer in Österreich tätig sind, beziehungsweise zumindest einen Händler servicieren, sind wir über 80. Und das glaubt man eigentlich auch nicht. Das muss ich nur kurz unterbrechen, weil ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz wichtig ist. Ich meine, den Begriff Aquarer haben wir schon erklärt in den Folgen davor. Aber für mich die Definition bei dir ist ja ein bisschen, weil du jetzt Unzer angesprochen hast, das Beispiel, Unzer dreht dir als PSP auf, aber auch, weil der Christoph bei uns war damals, natürlich auch als Aquarer. Richtig. Jetzt ist die Frage, wo würdest du jetzt die Definition sehen? Weil gerade diese Firmen, früher hat man immer gesagt, die BeLive, wo du tätig warst, das ist ein klassischer Aquarer wie auch Issuer. Ja, genau. Aber das hat sich ja verändert aus meiner Sicht. Deshalb gibt es ja auch so viele jetzt am Markt, die tätig sind. Ja, das hat sich verändert ein Stück weit. Viele, die, so wie auch uns, oder was hat früher die MP4, waren es gar in Österreich, kommen aus dem klassischen PSP-Geschäft, also E-Commerce-Abbwicklung für Online-Jobs mit einer Orchestration-Plattform dahinter. Und uns ist aber ein schönes Beispiel, wo einfach der Eigentümer sehr viele Unternehmen im Markt zusammengekauft hat, unter anderem auch einen Aquarer. Und die Kräfte kann man bündeln. Das heißt, es wird, was man immer wieder sieht, derzeit ist, dass Technologieunternehmen, die in einem Teilbereich tätig waren, in der Wertschöpfungskette weiter nach hinten gehen, Richtung Full-Stack-Aquiring. Und die Aquarer aber schon immer alles gemacht haben. Das heißt, da kommen in Wahrheit Mitbewerber auf den Markt, die früher als Partner waren und Technologieunternehmen waren. Und die entwickeln sich ja auch weiter. Der Markt wächst immer noch, über 10% pro Jahr. Das heißt, es ist aber auch Platz dafür da. Und wenn man jetzt in Österreich anschaut, wie viel Bargeld immer noch verwendet wird, muss man sagen, jeder Anbieter im Markt ist vielleicht einmal Bargeld weniger. Das hat auch positive Effekte. Also von dem her, Aquarer, ich sehe die Aquarer immer noch gleich. Da gibt es eine klare Definition. Aber Unternehmen, die früher keine Aquarer gemacht haben, entwickeln sich dorthin. Oder zumindest machen einen Teilbereich dessen, was ein klassischer Aquarer komplett abbietet oder abwickelt und anbietet, machen die einen Teilbereich und gehen ein Stück weit in die Wertschöpfungskette nach hinten. Jetzt hast du gesagt, ganz am Anfang auch, die Hobex hat ja gestartet, damals in den 90er Jahren, mit dem klassischen Lastschriftverfahren. Was für mich total spannend ist, wenn wir heute sprechen über Aquarer, gibt es immer das Thema lokal, international. Gibt es überhaupt einen lokalen Aquarer? Überall können wir jetzt trefflich diskutieren, glaube ich, wir zwar besonders. Ich glaube aber, zum Beispiel die Hobex, rein so, wie ich es jetzt wahrgenommen habe und auch über die Homepage und auch die ganzen Informationen, die ich dementsprechend gefunden habe, ist jetzt wirklich eine österreichische Gemeinde, oder? Ja, da gibt es, glaube ich, noch drei in Österreich. Okay, drei? Ich hätte zwei gesagt, aber okay. Nehmen wir drei, die in Österreich ansässig sind und den Firmen sitzen, aber die aber durch die Bank eigentlich alle auch international tätig sind, so auch wir. Das heißt, die Internationalität, die du da angesprochen hast, okay, bleiben wir bei den dreien. Card Complete ist der zweite. Und der dritte ist die RBI, wenn man es da zuzählen will, mit dem Großkundengeschäft, das sie machen. Das sind eigentlich die drei noch in Österreich oder in österreichischer Hand befindlichen Aquarer, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Ich glaube aber, dass die komplette Payment-Landschaft sich dahingehend verändert hat und es ist sicher auch ein Stück weit ein unter Anführungszeichen Richtung Mastercard und Visa verschuldet von den beiden Skins, weil früher hat man Lizenzen von Mastercard-Visa bekommen für ein Land, musste jedes Land separat oder jede Region separat dazunehmen und ich weiß nicht mehr wann es war, aber vor vielen Jahren haben es umgestellt, du kriegst für Europa eine Lizenz und hast eine Cross-Border-Lizenz und kannst in jedem EU-Land deine Dienstleistung anbieten. Zugleichen Wettbewerbsbedingungen wie die lokalen. Und das hat nachhaltig den internationalen europäischen Markt verändert. Von dem her, ich glaube es gibt keinen klassisch lokalen Aquarer mehr, sondern es gibt einen, der natürlich, jeder Aquarer hat irgendwo seinen Schwerpunkt. Nehmen wir jetzt eine ADN her, die kommen halt aus Holland oder Konkaris aus Deutschland oder Hovex aus Österreich. Da ist halt der Schwerpunkt, das ist die Firmenhistorie, aber im Endeffekt wachsen alle international. Und deswegen sage ich, wir haben in Österreich so eine Aquarerdichte und das sieht man aber in jedem Land, weil jeder Aquarer Cross-Border Kunden begleitet oder auch aktiv in die Märkte eintrifft. Ich finde es spannend, wie du es betrachtest, wie ich jetzt ein bisschen anders betrachtet insofern. Und deshalb ist es also gut, dass wir uns jetzt kurz darüber unterhalten. Vielleicht, wie ich als Host hätte gesagt, es gibt diese klassische Geschichte, du hast die Aquarer, das sind die Banken eigentlich dahinter, die mit den Händlerverträgen machen. In der Zwischenzeit, du hast es eh vorher gesagt, das ist der Full-Stack-Aquarer, der hat ja viele verschiedenste Produkte, Lösungen und Anwendungen. Und was für mich halt so immer noch ein Thema ist, oder zumindest nehme ich so wahr, dass die Händler aber trotzdem im Regelfall gerne mit einem lokalen Anbieter sprechen, weil er die lokalen Erkenntnisse oder Know-how hat über die Jahre aufgebaut, dass er auch wirklich den Händler so unterstützen kann, dass er das richtige Zahlungsmittelportfolio anbietet. Ja und nein. Okay. Auf der einen Seite, auf den ersten Punkt hin, dass die Aquarer-Banken sind, ja, alle Aquarer sind lizenziert, unterliegen FMA-Vorschriften. Das heißt auch nicht, dass sie, so wie es früher war, fast jeder Vollbank-Lizenz gehabt hat, das gibt es eigentlich fast nimmer mehr. Es gibt halt die Zarek-Lizenzen oder was auch immer. Und das hat sich schon einmal auf der regulatorischen Seite verändert. Auf der anderen Seite sehe ich hier eine Aquarer nicht mehr als klassische Bank- oder banknahe Institution, wir sind Technologieunternehmer. Und wir helfen Kunden, Zahlungen abzuwickeln, damit sie mehr Geschäft, einfach als Geschäft machen. Und das ist alles technologiegetrieben. Ich glaube, da gab es in den letzten Jahren ein bisschen einen Flip von diesem ein bisschen konservativen Bankenzugang hin zu einem Technologieunternehmen, wo du aber definitiv im Markt auch anders agierst. Ziehe Softpost, also wo man halt über ein Smartphone eine Zahlung auslösen kann. Das war das eine. Das andere, was du gesagt hast, ich kooperiere gern mit dem lokalen Provider, bin ich voll bei dir. Sehen wir auch immer wieder. Das ist schon ein Thema, okay, österreichisches Unternehmen, österreichische Geschichte und, und, und. Das ist auch extrem wichtig. Aber nicht für alle. Auch da gibt es Unterschiede, weil es gibt einfach Firmen, auch die in Österreich sitzen, die einfach international schnell skalieren wollen und auch Richtung Amerika gehen wollen, was auch immer. und da ist ein lokaler Äquiarer, der Österreich, Deutschland, Italien abwickeln kann, nicht zwingend der richtige Partner. Was soll ich meine? Da gibt es andere Unternehmen, die das einfach dann wahrscheinlich besser lösen oder wo sie sich besser aufgehoben fühlen, sagen wir es mal so. Und da hat dieser Lokalkolorit jetzt nicht diese Tragweite, wie zum Beispiel in einem Gastronomiebetrieb. Dem ist auch wichtig, und das ist etwas, was uns unterscheidet von vielen anderen, das wird vor Ort beim Kunden immer noch Sinn. Wenn wir mit unserer Vertriebsmannschaft, auch mit der Servicemannschaft, auch immer wieder beim Kunden sind, und das kannst du nicht mehr leisten, wenn du jetzt global die ganze EU bedienst. Das geht einfach nicht mehr. Aber das ist eine ganz spezielle Klientel, aber da gebe ich dir recht, das ist schon stark auch dieses lokale Thema, das österreichische Thema da im Vordergrund, aber halt nicht für alle Kunden. Jetzt kommt ja Äquiarin klassisch aus der Kreditkartenwelt, das Begriff. Jetzt gibt es natürlich in der Zwischenzeit natürlich auch viele andere Zahlungsmittel am Markt. Wie würdest du das beurteilen momentan vom Portfolio her? Weil gerade das ist ja etwas, was einen lokalen Äquiar auszeichnet, dass er nicht nur mehr die Kreditkarte hat. Die HOBEX hat es ja eigentlich in der DNA. Mit der Lastschrift war sie von Beginn an dabei. Wie würdest du das heute sehen, auch mit anderen Zahlungsmitteln? Auf zwei Ebenen. Es wird ja schon gesagt, dass die HOBEX aufgrund der Historie heraus war immer schon so, dass es nicht die zwingenden Kreditkarten oder Mastercard-Visa verhaftet war. Das hat sich verändert. Verhaftet oder andere, Anführungszeichen auch zu sehen. Wenn wir 10, 15 Jahre in die Vergangenheit gehen, das wissen wir ganz genau, auch aufgrund der Historie, die du auch hast, da haben wir eine ähnliche Situation im E-Commerce-Bereich gehabt. Auf einmal sind alternative, ich nenne es mal alternative Zahlungsmethoden, wie Schwarmel aus dem Boden geschossen, wo wir uns heute vielleicht noch 5 oder 10 Jahre gibt, wo wir damals über 100, 150 geredet haben. Ich glaube, dass Ähnliches, nämlich durch die neue Technologie, durch den technologischen Zugang, den wir jetzt am Point of Sale haben, dass Ähnliches kommen wird. Oder dass das Ähnliches auch schon sichtbar ist. Ich nehme jetzt ein Beispiel oder zwei Beispiele, um nicht bei einem zu bleiben. Schweiz Twin, Österreich Blue Code oder auch Vipaso, die da schon mit anderen Lösungen am Markt gehen. Dahinter ist im Endeffekt ein Instant Payment, eine SEPA-Last-Schrift oder eine Karte unter dem Strich. Und wenn man es jetzt einmal auf das reduziert, was den Zahlungsverkehr ausmacht, oder den Payment-Bereich ausmacht, ist, dass der Händler ohne Bargeld verkaufen kann und der Kunde ohne Bargeld zahlen kann. Welche Authentifizierungsmethode davor ist, welches Wallet davor ist, am Ende des Tages geht von Konto A auf Konto B Geld. Und das ist jetzt ganz vereinfacht gesprochen, das ist die Baseline, die wir haben. Und alles, was davor passiert, und es war im E-Commerce ähnlich, und es sieht man jetzt auch eben am POS schrittweise kommen, mehr oder weniger erfolgreich, dass einfach andere Authentifizierungsmethoden kommen, die dann entweder über Lastschrift auf ein Konto gehen, oder sich auch wieder Cardrails bedienen, was du Karten hinterlegst, und dann mit der in Wahrheit die Zahlung ausgelöst wird. Für uns als Aquarer ist es gleich wie damals im E-Commerce-Bereich spannend, weil was zählt am Ende des Tages? Der Wunsch des Händlers, was hätte ich gern, beziehungsweise der Wunsch des Kunden, wer kommt zu uns. Und vor vielen Jahren haben wir China Union Pay groß im Markt eingeführt. Jetzt war Alipay eine lange Diskussion, wenn die chinesischen Touristen wieder kommen. Da orientiert man sich ein Stück weit an einen Konsumenten, der kommt, wenn der keine Alternative hat, beziehungsweise im Handel oder an der Gastronomie und Hotellerie, was die Notwendigkeit ist, dass wir abwickeln können. Und für uns ist es komplett neutral, wir sind überall agnostisch, weil wir wollen abwickeln, wir wollen Zahlerungen abwickeln, wir wollen unsere Kunden de facto glücklich machen. Aber kommt man da nicht in eine gewisse Konkurrenzsituation mit diesen Anbietern auch? Weil du es ja vorher auch schon so schön beschrieben und das wird ja auch betrieben von denen, das sind diese 80 Aquarer, die du am Anfang gesagt hast, betreffend, die am Markt jetzt tätig sind. Und das war ja früher, wenn man die Historie jetzt hernimmt, damals hat es die klassischen Aquarer gegeben, da sind viele mehr dazugekommen. Genauso haben wir es jetzt aber hier auch. Siehst du da, konkurrenzfähig. Also seid ihr da konkurrenzfähig? Konkurrenzfähig sind wir sicher. Konkurrenz in den Zahlungsmitteln sehe ich eigentlich nicht, weil was unterm Strich alle Zahlungsmittel eint, und das hat bis auf Twint, weil das halt stark bankenbetrieben war in der Schweiz. Vielleicht erklärst du uns kurz, was das ist. Twint ist im Endeffekt eine QR-Code-basierte Zahlungslösung für Point of Sale und für E-Commerce in der Schweiz. Das ist ein Zusammenschluss der Schweizer Banken und haben eigentlich gestartet mit Peer-to-Peer-Payment, also Person-to-Person-Payment. Und so haben sie es geschafft, sehr schnell eine sehr große Kundenbasis aufzubauen und sind mit der Kundenbasis dann auch Richtung Handel gegangen. Und das ist genau das Problem, was viele Zahlungsanbieter haben heute. Die haben eine gute Idee, mag sein, die haben eine gute Technologie, mag auch sein, aber was sie halt bislang alle miteinander nicht geschafft haben, so ehrlich muss man auch sein, ist eine entsprechend große Kundenbasis zu schaffen, dass halt das nicht ein Lotteriespiel wird für den Händler, ob jetzt einen Kunden mit einer neuen Zahlungsmethode, dass der gerade bei mir zufällig vorbeikommt. Also von dem her, das war unterstrichend, es ist ja egal, in welchem Bereich man arbeitet, aber im Payment-Bereich ist es ja auch so ein bisschen Henne-Ei-Händler und ich brauche halt die Konsumentenseite, wer führt welche Technologien, das haben wir damals bei der NFC-Kontaktlos-Einführung auch gehabt, wer fängt jetzt an, wer bewegt die CS? Im Endeffekt geht das nur im Gleichschritt. Und wenn aber die Customer Base fehlt, dann funktioniert es auf der Händlerseite, wenn die Händlerbasis fehlt, geht es auf der Kundenseite nicht. und deshalb haben aber die Fintechs, was ich immer zum guten Teil alle miteinander nicht geschafft habe bis jetzt. Sicher zumindest. Jetzt nicht in Österreich, Deutschland. Ja, wobei man immer dazusagen muss, also ich gebe dir vollkommen recht, dort wo ich halt immer das Thema habe, ist, wenn der Händler nicht anfängt, dass er den Konsumenten nicht anbietet, kannst du den Konsumenten nicht verwenden, vice versa. Das wird ja leider, muss ich sagen, noch kurz immer wieder auch als Vorwand genommen, damit man Technologien gar nicht zu einem Markt dementsprechend auch platzieren kann. Zumindest habe ich den Eindruck. Natürlich, da kommt die Hobex ins Spiel. Wir sind im Endeffekt agnostisch. Genau. Weil wir machen es einfach. Wir setzen uns auf neue Technologien, wir schauen uns auch junge Partner, junge Firmen an, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Das war jetzt nicht wert von meiner Seite, das war nur ein Aufzeigen von einem Problem, das einfach am Markt da ist. Ja, absolut. Wir sind nicht in der Position, das will ich mir auch nicht anweisen, zu beurteilen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Unterm Strich ist es für uns, wie für jedes Unternehmen, eine Business Case-Frage. Kriegen wir genug Volumen drauf, dass wir technische Entwicklungen leisten und das umsetzen. Ja, dann machen wir es. Und die Diskussion hast du halt am Tisch. Aber am Ende des Tages, ja, wir machen einfach viel, was vielleicht andere nicht machen. Ich glaube, wie ich mir das angeschaut habe, aber festgestellt, da ist auch natürlich der Vorteil, weil ihr doch direkte Wege habt, auch zu den Unternehmen, bei natürlich zu euren Gesellschaften, was das betrifft. Ja, aber bei zu den Unternehmen, ja, wenn wir jetzt mit jungen Unternehmen, die was Neues machen wollen, mit uns, kooperieren wollen, brauchen wir die Eigentümerseite eigentlich nicht. Ist vielleicht hilfreich, um dort auch hier und da in Kontakt zu legen, wenn man halt die Konsumentenseite mitbegrachten will, das ja. Aber für uns, für unser Kerngeschäft, ist das eigentlich nicht so ein großes Thema. Wo würdest du die Trends der Zukunft sehen? Wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten vorher in unserem Gespräch, aber wo würdest du so richtig die Punkte sehen für die Zukunft? Es ist schwierig. Ich glaube, dass wir es über kurz oder lang erleben werden, dass Zahlung einfach ziemlich integriert wird, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, dass der Kunde eine Wahlmöglichkeit hat. beziehungsweise so wie eben was ich vorher genannt habe, das Uber-Beispiel, dass du einmal eine Zahlungsmittel irgendwo hinterlegst und mit dem Service oder die Dienstleistung nutzt und die Zahlung einfach dabei ist. Und das glaube ich schon, was wir heute sehen, was jetzt schon langsam kommt, was wir vor circa zehn Jahren auch schon diskutiert haben, beziehungsweise schon erste Ansätze gesehen haben, ist, dass die Kassenplätze abgeschafft werden im Handel und dass jeder Verkäufer zum Kassierer werden kann. Das ist am besten umgesetzt, in meinen Augen, im Apple Store. Wenn es so einige ist, da gibt es keinen Kassenplatz mehr. Da kassiert der Typ, der mit dir das Verkaufsgespräch führt. Das ist definitiv umsetzbar bei allen Beratungsintensiven, Handelsdienstleistungen. Nehmen wir jetzt Kleidungsindustrie, nehmen wir Elektronik. Das ist nicht umsetzbar im Lebensmitteleinzelhandel. Da geht es auf den Durchsatz. Da funktioniert so ein Ansatz nicht. Da glaube ich, dass das stärker kommen wird. Und auch wenn man Multichannel, Omnichannel nicht mehr werden will. Aber irgendwann einmal wird es im Handel auch ankommen, dass man die Verkaufskanäle, die man hat, auch sinnvoll gemeinsam bespielt. Und das auch durchgängig bis in die Backend-Systeme. Heißt Lagerhaltung, Warenwirtschaft auf der Ebene. Und auch da ist die Abwicklung der Zauberung in Wahrheit das klärnste Problem. Das sehe ich einfach. Und was schon ist, wir werden immer Technologie getrieben. Und da hat man früher ein Terminal rausgeschüttet an den Handel mit der Software am Terminal und und und. Verlagert sich es jetzt auch endlich und es war auch ein längerer Prozess ein Stück weit in die Cloud. Die ganze Payment-Applikation ist in der Cloud verfügbar und das Terminal-Cloud ist ein Sinn-Client. Da läuft keine hochverschlüsselte Terminal-Software mehr, sondern das sind einfache Applikationen und die ganze Logik und die Security und Encryption liegt dahinter. Und sonst wären auch solche Lösungen wie bezahlen am Handy mit einem Softbus nicht möglich. Aber hat man nicht dann auch die Möglichkeit durch diese neuen Technologie-Stacks dass man zum Beispiel dieses alte Thema im E-Commerce-Kauf auf Rechnung und Raten kauft, dass man das auch in das Verwalt-Geschäft oder in die Softbus-PoS-Schiene mit aufnehmen könnte? Natürlich. Überall dort, wo ich, und das ist der große Vorteil von den E-Commerce-Anwendungen am POS, ich habe auf einmal einen Kommunikationskanal offen zum Kunden, den ich bei einer Quartenzahlung am Terminal nicht habe. Da gibt es einen Terminal, der halt die Quartenz ist bezahlt, da gibt es keinen Rückkanal. Und auf einmal, wenn der eine App verwendet oder einen Rückkanal offen hat, was eine E-Commerce-Lösung ist, dann habe ich auf einmal einen Kanal offen, den ich anders bespielen kann. Natürlich kann ich dort Kauf auf Rechnung anbieten, natürlich kann ich bei NowPillet also anbieten oder mache Mikrokredite, Mikrofinanzierungen, was es immer schon gegeben hat, aber halt mit so viel Paperwork, dass es eh keiner mehr machen hat wollen. Solche Dinge sind jetzt sicher einfacher möglich und das ist auch total spannend, das Feld, an dem wir arbeiten. Also, ich würde es total spannend finden, wenn man, ich meine, ich weiß nicht, wie das mit den Regularien ist, aber grundsätzlich dieses Thema, wir brauchen jetzt ein ganzes Detail gehen, aber das, was wir auch diskutieren, sind ja immer Dinge, wo man sagt, zum einen einmal der Datenschutz, BST2 und so weiter, vielleicht nur in kurzen Worten aus deiner Sicht, wie würdest du das betrachten für die Zukunft oder wo siehst du da wirklich die Points, wo man sagt, was ist denn eure Rolle darin? Du, wir sind wie alle anderen Zeugungsdienstleister FMA lizenziert, wir unterliegen der PST2, wir unterliegen auch anderen Regularien, die jetzt noch kommen, zum Thema auch Datensicherheit, Cybersecurity, da kommt jetzt einiges auf uns zu, auf alle Beteiligten. auch wenn es hin und wieder ein Stück weit mühsam ist für uns als Unternehmen oder auch für unsere Kollegen im Markt, ist es doch so, dass du als Händler dich darauf verlassen kannst, dass wir ein reguliertes Unternehmen sind und damit hast du auch eine Grundseriösität drinnen, jetzt nehmen wir mal Beispiele raus, die man aus der Vergangenheit, was vielleicht anders war, aber da hast du einfach allein durch die Regulierung ein Grundvertrauen geschaffen, wo jeder Händler weiß, das ist halt eine Firma, die wird von der FMA geprüft jedes Jahr und da schaut wer drauf, dass das alles in Ordnung ist und das hat auch Vorteile, wenn man es jetzt vergleicht mit Fintechs, die halt mit super, echt coolen Lösungen in den Markt gehen, die aber halt dahinter immer einen Betreiber brauchen, weil sie selbst diese Regulare nicht erfüllen können und auch nicht wollen, weil sie das einfach langsamer machen würde, da hast du immer so ein bisschen ein Spannungsfeld natürlich, weil auf der einen Seite denkst du, ja ich würde das auch gerne machen, auf der anderen Seite lassen, halt einfach die Regularen ist teilweise nicht zu oder viel langsamer, als es auf Fintech hinbringt, am Ende des Tages, und es gibt es halt über 30 Jahre, wie für Fintechs haben wir in 30 Jahren noch die Heitermärkte, salopp formuliert. Nein, nein, das ist schon sehr berechtigt meiner Meinung nach. Ja super, dann würde ich gerne mit dir jetzt zum Schluss das Payment Quiz machen. Geil. Die Idee ist dahinter kurze Antworten, ich weiß aber in der Zwischenzeit, und das habe ich ja jetzt gelernt, in der Payment-Industrie gibt es kurze Antworten, die trotzdem sieben Sätze umfassen. Schaffen wir es vielleicht heute trotzdem, dass wir es irgendwie kürzer machen. Ich gebe mein Bestes. Ja, davon bin ich überzeugt, weil da kämen wir uns ja lang genug dazu. Welche Trends siehst du in der Zukunft in Payment, haben wir eigentlich eh schon gehabt, ja? Von dem her würde ich eigentlich noch kurz gerne von dir hören, welches Zahlungsmittel glaubst du wird in der Zukunft sein? Definier Zukunft. Das ist die Saberment Quiz. Du kannst sagen, ich sage jetzt einfach ein Zahlungsmittel und es ist kurzfristig oder langfristig. Kurze Antwort, auf die nächsten fünf bis zehn Jahre wird die Karte dominant bleiben, so wie wir sie heute kennen. Ja. Danach wird es sich weisen. Okay. Karte ist für dich jetzt wirklich, dass ich sage, also haptisch, also in der Hand. heißt Mastercard Visa, kann auch virtuell, kann auch Wallet sein, kann was auch immer sein. Okay. Ja. Welches Zahlungsmittel verwendest du am liebsten? Meine Visa-Kreditkarte und meine Debit Mastercard. Wer uns jetzt zu erinnern, also wer uns jetzt zu erinnern, er macht sehr diplomatische Antworten, also möchte ich schon einmal kurz anmerken. Ich bin vom Sternzeichen Waage, ich bin immer in der Mitte ausgewogenen Ausbau. Okay. Bei welchen Händlern hast du zuletzt eingekauft und welches Zahlungsmittel hast du verwendet? Und wenn du mir jetzt den Kanal auch noch dazu sagst, bin ich im Anschluss glücklich. E-Commerce bei meinem Lieblings-Online-Händler Amazon mit Kreditkarte und vor Ort war es halt beim Bäcker, auch mit meiner Debit Mastercard. Welches Zahlungsmittel, diese Frage habe ich deshalb so formuliert für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du in der Telekommunikationsbranche tätig warst, welches Mobile-Zahlungsmittel war deiner Meinung nach prägend für die internationale Händlerlandschaft? Die Händlerlandschaft? Du kannst das National auch machen, wenn du machst. Keines. Okay. Also auf der Konsumentenseite und jetzt, wenn man Zahlungsmittel, jetzt ist es keine kurze Antwort mehr, das weiß ich, war sicher Apple Pay mit dem Wallet, das war auf der Konsumentenseite einfach ein Game Changer, wo auch die Banken drauf aufgesprungen sind. Für den Handel ist es auch Kreditkarten oder Debitkarten. Das heißt, der Handel sieht das nicht, der sieht nur, dass einer Sendung hin statt der Karten. Und sonst der Mobile Payment Zahlungsmittel am Point of Sale und ich sage es jetzt wirklich bewusst Point of Sale, habe ich keines gesehen, das sich durchgesetzt hat. Ich meine auch, du sagst Paybox, aber ich lasse es. Welches, welchen, kurz nochmal zurück, nämlich genau auf diese Frage Paybox, weil es von der Telekommunikation, wir könnten auch Mia sagen, aber das ist ein anderes Thema. Was glaubst du, wenn heute jemand anfängt in der Branche Payment, was ist ganz, ganz wichtig, um einen wirklich erfolgreichen Lebenslauf zu haben, so wie du? Wille zur Veränderung. Muss eine gewisse technische Affinität haben, wie du es am Anfang gesagt hast? Nein, die lernt man. Ich sehe auch keine Ausbildung, die du zwingend brauchst. Ich glaube, dass die, also wir haben beispielsweise Lehrlinge im Haus und du kannst, es gibt Lehrberufe bei uns, du kannst nach einem Studium kommen, du kannst alles mögliche machen. Die Payment-Branche ist so breit gefächert, dass du, dass ihr jetzt nicht sagen könnt, gibt es am Reißbrett, am Muster, dem man folgen kann, dass man sehr lang glücklich in der Payment-Branche ist, glaube ich nicht. Ich glaube, da brauchst du eine gewisse Technologie-Affinität. bin ich bei dir. Deswegen muss ich nicht programmieren können. Aber am Ende ist es, glaube ich, der Wille zur Veränderung, weil sich die Branche in den letzten 20 Jahren mehrfach neu erfunden hat. Jetzt habe ich natürlich eine Zwischenfrage, obwohl es nicht zum Payment- sucht ihr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei Hovex? Ja, in Zukunft verstärkt. Und wo kann man diese Stelleninserate finden? Bald eben bei uns auf der Website, beziehungsweise haben wir einen Recruiter, mit dem wir zusammenarbeiten. Aber am besten, wenn wir auf die Hovex.at-Webseite schauen, da wird es in den nächsten Wochen fünf bis sieben Jobs ausgeschrieben geben. Welche Person würdest du als besonders interessant im Payment-Bereich benennen? Gute Frage. Soll ich die nächste stellen? Roland Hoch. Okay, ich stelle doch die nächste Frage. Nein, Spaß beiseite. Wen würdest du wirklich benennen? Ja, ich weiß nicht, Elon Musk ist sicher spannend, aber den sehe ich jetzt, ja, das ist ein Pionier in vielen Bereichen. Man kann auch den Peter Thiel nehmen als Paypal-Gründer. Die haben nachhaltig natürlich was verändert. Ich finde aber viel spannender, die Leute, die auch bei uns im Markt sind, mit denen man sich austauschen kann. Deswegen habe ich dich genannt. Weil das für mich weit mehr wert ist, als das, was ein Mask oder ein Peter Thiel mit Paypal hingekriegt haben, verkauft haben, was auch immer. Sondern einfach, da geht es um den Austausch. Deswegen. Ich nehme es an, danke auf jeden Fall. Welche Person würdest du gerne in unserem Podcast hören? Elon Musk. Okay. Nein, wir drehen es um. Ich mache das Angebot, Roland. Ich mache das in den nächsten Podcast mit dir, ich stelle die Fragen. Gut, also ich werde mir das jetzt in Ruhe überlegen und werde es mir natürlich bei uns intern besprechen, aber ich könnte mich sehr gut vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie bis zum Ende zugehört haben. Ich glaube aber, dass der Podcast heute wirklich sehr viel an Informationen dementsprechend beinhaltet, aber auch, ich glaube, doch ein bisschen einen humoristischen Wert hat. Vielleicht, Michael, möchtest du noch zum Schluss was sagen zu den Zuhörerinnen und Zuhörern? Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf den nächsten Podcast, wo ich den Roland interviewen darf. Und dann schaltet es bitte wieder mit ein, weil das dürfte es nicht versäumen. Ja, das glaube ich auch. Ich möchte jetzt noch einmal darauf hinweisen, wir haben am 21. Hälften 2023 in den Sophien sehen. Unser Payment Festival bitte nicht vergessen, immer auf unsere Homepage schauen, aber auch auf den sozialen Kanälen werden wir dementsprechend die weiteren Infos euch dementsprechend zukommen lassen. Falls euch der Podcast gefallen hat und ihr habt ihn noch nicht abonniert, bitte abonnieren, nicht vergessen, aber euch auch euren Freundinnen, Freunden, Bekannten, die vielleicht mit dem Thema zu tun haben oder sich immer informieren wollen, dementsprechend vielleicht einmal den Link schicken oder sagen, dass ihr den Podcast hören sollen und dann bitte auch dementsprechend weitergeben. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt Adieu sagen und mich angenommen. Danke schön. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.